Hallo und herzlich willkommen im BED-Blog. Warum ein Blog? Um die Frage schon mal vorwegzunehmen, aufgrund der sich mittlerweile ja im Heilmittelbereich überschlagenden Ereignisse und der Vielzahl an Informationen haben wir uns dazu entschlossen, euch über eine direkte Quelle Zugang zu schnellen und relevanten sowie validen Informationen zu verschaffen. Und da sind wir quasi auch schon direkt bei unserem ersten Thema für heute, für den ersten Blog. Wie geht es weiter mit dem Sofortprogramm von Roy Kühne, was ihr bei uns im Blog natürlich auch nochmal einsehen könnt. Das BMG findet bis zum 05.09. das ist die Fristsetzung, entsprechende Lösungen für die Probleme der Therapieberufe, sowohl in Bezug auf die weiterhin zu niedrige Vergütung, als auch sicherlich nochmal im Rahmen der Schulgeldfreiheit. Vom 05.09. bis zum 011.09. wird dann der Arbeitsausschuss sich mit den Vorschlägen auseinandersetzen und beschäftigen. Das heißt, bis zum 011.09. bekommt ihr dann Informationen, beziehungsweise am 011.09. bekommt ihr die Informationen, was, wie geht es weiter in der Bundespolitik bezogen auf euch, also die Therapieberufe. Der Minister hat also verstanden, also das ist die Botschaft von uns heute. Jens Spahn hat die Rufe von euch wahrgenommen und gehört, das Bundesministerium für Gesundheit nimmt sich der Sache an. Wir werden das Ganze selbstverständlich sehr kritisch verfolgen und euch wieder berichten, soweit es diesbezüglich etwas Neues gibt. Herr Kühne bittet in dem Zusammenhang darum, nun ein wenig abzuwarten, sich zu gedulden, bis tatsächlich auch das BMG konkrete Lösungsvorschläge erarbeiten kann. Die Forderungen der Therapeuten müssen natürlich jetzt erstmal irgendwie in Form und zu Papier gebracht werden und das braucht wohl ein bisschen Zeit. Bei Fragen, Kommentaren schaut ihr einfach auf www.bed-ev.de. Unter Kontakt findet ihr sämtliche Kontaktdaten. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis ganz bald.